Hallo, ja? Hallo, ja? 1,2m Klasse und 8m Stopp. Also... Geh schnell unterwegs sein. Schau, wir führen direkt zur Straße. Wir führen gleich an, aber gehen wir ein. 1,2m Klasse und 8m Klasse. So, wir führen direkt nach hinten. Also, die Leistung auf 1,2m Klasse. Wir führen weiter die Krippe. Ja, wir haben gleich zwei Sekunden, zwei Zahne und so weiter. 1,2m Klasse. Dann kommen... Das ist eine große Erweissung. 2,2m Klasse. Also, das ist ein paar letzte Mal. 2,3m Klasse. 2,3m Klasse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hab's noch gerne mit dem Garten. Ich hab's noch gerne mit dem Garten. Aber gut, es ging jetzt Mittelfelsen, aber die Garten sind hier oben. Ja, ich hab's noch nie. Der Benjamin Keidel ist der Nadine Müller, auf ihrem Peer-Liebischer, Sohida Frau, 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 Frau Aber jetzt, die haben sie nicht mehr. Lieben von Schadema 50, geben wir Scheuerling und Margot Scheuerling mal am Start. Einmal hier. Und dann noch. Willkommen an sich. Sie stehen dabei. Und dann, wie gesagt, jetzt greifen Sie an. 1,5. Ja, 6,00. Mit der Tastwender waren leider nur zwei Starten. Jetzt geht es um den Kausfall. Jetzt geht es um den Kausfall. Die Ausfall und holen die Schlage. Ah ja, 2,00 in der Klasse. Jetzt geht es um den Kausfall. Also, ich habe jetzt an, ich kriege gar nicht die Anlage zu machen. Das ist für mich oben. Ich habe jetzt ein Kausfall, ich habe jetzt eine Kausfall. Das ist hier. Das ist ein Kausfall. Das ist ein Kausfall. Das ist ein Kausfall. Ja, das war alles schon. Das ist hier sehr schön. Ja, danke. Wuhuuu! 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 Und mit mir dann dreimal da war. Wuhuuu! 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 So, was ist jetzt noch? Also, wir stellen noch einmal hier vor euch anzuschauen. Und dann schreien. Da haus mir mal an! Achtung, man hört mich! Wuhuuu! Und man hört mich an, das war er. Wuhuuu! 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 Vielen Dank.